happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red or gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und wettbewerb war es genau an die warte mal wettbewerb nee kein wettbewerb ich spiele was anderes mal schauen bis gleich okay ich spiele control point control control points so weil ich muss noch mit drei mechs musste ich auf den mvp geraten ah Incoming fire! Okay. Speed. We're losing the lead. Erstmal Schutzschild weggehauen. Schieß doch nicht auf mich, ich habe doch gar nichts getan. Naja, vielleicht habe ich doch was getan. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Speed. Genau, der MVP, jetzt brauche ich den noch zweimal. Also schnell in der nächsten Runde rein. Viel Spaß. Ah ne, erstmal schauen was das Ergebnis an hier von meinen Leuten und so. Die ganzen Queste sich anschauen, okay. Da, noch zweimal. Ich bin Zweiter. Gut, geht's. Weiter geht's. Und die zweite Runde geht los. Ich muss wieder MVP werden. Noch zweimal. Komm schon. 3, 2, 1. Go. Let's get things started. Das war ein bisschen schneller. Ja, sorry. Woh, 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 woh. Woh, woh. Ah, schon wieder gegen der Wand. Und wieder gegen der Wand. Schnell weglaufen. Okay. Ganz schön starkes Hin und Her hier. Aber es sieht noch gut für uns aus, aber ich glaube, wir haben gleich keine Möchs mehr. Ach, ne. Und jetzt geht's. Ach, ne. Ah. Oh, das ist. Ja, ich gucke. Oh, das ist... Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. Oh, das ist doch gut. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so gut. ich will auch noch einen einnehmen los der braucht bestimmt hilfe wieder mvp ich muss noch eine runde spielen aber ich würde sagen das war die ach komm noch eine runde spielen wir sind zu kurz die sind aber so schnell vorbei die runde einmal ich hier wieder was schönes schauen diesmal war ich der beste spieler okay dann bis gleich okay die dritte runde und jetzt brauche ich noch einmal den mvp die runde finde ich auch nice für mvp ich muss mich aber ganz schön bei zurück sind ja Ich hab ihn auch erwischt. Oder er wird von einem anderen erwischt. Aber jetzt der MVPS wird schwägerig. Okay. Sieht schon mal sehr schlecht für uns aus. Wir werden verlieren. Sieht schon mal. Sieht schon mal. Sieht schon mal. Sieht schon mal. Oh, der hat mich am Fuß erwischt. Sieht schon mal. Okay, noch einen Charakter habe ich. Den lahmen, den Tank. Niederlagen. Tschau. Und ich bin nicht MVP. Ärgerlich. Na gut, dann möchte ich trotzdem sagen, das war's für heute. War der beste Spieler. Deswegen habe ich keinen Punkt absucht. Das ist gut. Okay, aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir da mal nächstes Jahr mal sein. Bis dann. Und dann hat euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.